Howdy Leute, euer MF Saka hier und heute zeige ich euch zwei Builds für den neuen Dungeon Solo Flawless. Leider habe ich meinen One nicht geklippt, sonst hätte ich den kompletten One hochgeladen. Ich werde euch allerdings ein paar Sachen sagen, die euch das Leben dort einfach macht und werde euch zwei Builds zeigen. Jeweils einmal Titan und einmal Warlock. Jäger kann ich euch nicht zeigen, weil Jäger habe ich da nicht gespielt. Aber auch da gibt es gerade jetzt mit der neuen, mit der neuen, ja was heißt mit der neuen, also mit der Gefalkungsbrust, die ja jetzt verändert worden ist, zum Reset am Dienstag. Da werde ich aber auch nochmal ein Build bauen. Bin leider die Woche nicht zugekommen, war viel zu tun. Jetzt am Samstag ist der Gambit Creator Cup. Denkt da bitte dran, ab 18 Uhr werde ich da live auf Twitch sein, ja. Mit Leuten aus der Community hat man ja ein zusammengewürfeltes Team und spielt dann gegeneinander. Ist auch erstmal egal. Ich werde euch auf jeden Fall diese beiden Builds zeigen. Erstmal vorab, auf dem Titan ist alles bis zum Endboss extrem einfach. Lorelei Titan, wirklich, ihr müsst euch um nichts Gedanken machen außer Sprungpassage, da kann es natürlich sein. Aber was Ads oder sowas angeht, ihr braucht wirklich überhaupt keine Sorge haben. Hier bei der Harpie mit dem Warlock müsst ihr ein bisschen mehr aufpassen, müsst euch mal ein bisschen mehr ums Clearing kümmern, was ihr auf dem Titan nicht machen müsst. Aber auch das geht wirklich sehr, sehr simpel und Endboss ist Warlock einfach so viel entspannter als Titan, ja. Ich hätte es eigentlich auf den Titan ein paar Mal geschafft. Bei mir sind dann so Sachen passiert wie in der Damage-Phase. Ich hatte sieben Damage-Phasen, glaube ich, gemacht. Sechs oder sieben. Es war die letzte Damage-Phase. Ich stelle meine Schusswechselbarrikade. Voller Euphorie, beziehungsweise auch völlig abgefuckt, weil mir der Dungeon tatsächlich schon ziemlich auf die Nerven geht, muss ich sagen, weil ich die Mechanik überhaupt nicht feiere, aber das ist wieder subjektiv. Und schieße mit meiner Rakete natürlich voll in meine Schusswechselbarrikade. Sterbe dann, ja, das war ärgerlich. Ich habe mir dann gedacht, ey, weißt du was, die machen alle Warlock, gehen wir auf den Warlock. Dann bin ich am Anfang einmal kurz runtergefallen, weil ich mich wieder umstellen musste vom Titan springen. Und danach war das auch direkt First Try, weil Warlock ist auf jeden Fall tiefenentspannt beim Endboss. Nicht nur, dass der Damage viel, viel besser ist, ja, mit Sterbenfeuerprotokoll und Infusionsgranaten auf dem Warlock, nein, der Icarus Dodge, das ist meiner Meinung nach der Gamechanger im Vergleich zum Titan, weil ihr einfach mal eben schnell Richtungswechsel in der Luft machen könnt. Je nachdem beim Titan ist mir das zum Beispiel ein, zwei Mal passiert. Ich bin irgendwo hingesprungen, mir kam ein Bitsteller entgegen, ich bin gegen den geprallt, konnte keine Korrektur mehr machen in eine andere Richtung und dann ist irgendwie ein Bitsteller neben mir explodiert. Also, mit Warlock kann euch das nicht passieren. Dadurch, dass ihr den Icarus Dodge habt, könnt ihr da in der Luft hin und her move'n und dadurch wird das Ganze sehr, sehr einfach. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Builds an und dann gebe ich euch noch so ein, zwei Tipps, wie ihr zum Beispiel bei den Rotoren am besten durchkommt, weil das ist, viele sterben da. Ich habe da eigentlich für mich relativ schnell mein, ja, ich sag mal, mein Rezept gefunden, um da immer durchzukommen. Aber gucken wir uns erstmal die Builds an. Okay, gucken wir uns kurz die Builds an. Ja, ich zeige euch beide Builds, Titan und Warlock. Ich werde das Ganze im Schnelldurchgang machen, weil ich gehe davon aus, die Leute von euch, die Solo-Flawless versuchen, haben schon relativ viel Erfahrung, auch in dem Spiel und wissen im Endeffekt, was die Mods machen und so weiter. Deswegen werden wir erst kurz überfliegen, nicht wie in einem regulären Build-Video, dass wir alles wirklich Stück für Stück durchkauen. Schusswechselbarrikade, Aufenthalten, kürzere Cooldown als Turmhoher, sorgt dafür, dass unser Exo-Perk von Lorelei schneller wieder aktiviert werden kann. Wurfhammer, ja, einfach dafür, das ist unsere Hauptfähigkeit quasi für Heal. Wir machen einen Hammerkill, wir bekommen Heilmittel, wir werden gehealt. Granate könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Aspekte, Tose, Flammen, damit stacken wir unseren Schaden für Solarfähigkeiten hoch. Sol Invictus sorgt dafür, dass wir Sonnenflecken machen und Sonnenflecken geben uns wieder Herstellung, ja. Das ist natürlich noch ein bisschen mehr, wie gesagt, Schnelldurchgang. Fragmente, Glut des Trostes, Strahlen und Wiederherstellung hält länger an. Glut der Fackeln, aufgeladen Nahkampfangriffe machen uns Strahlen, Strahlen gibt uns 25% mehr Damage, auf dem Titan wichtig. Auf dem Warlock nicht so, wegen dem Brunnen, auf dem Titan wichtig. So, dann Glut des Impreanas, damit können wir durch Fähigkeiten, Todesstöße oder Solarwaffen, Todesstöße, Wiederherstellung und Strahlen verlängern, ja, zum Beispiel mit unserer Kallus oder mit dem Hammer. Und Glut des Stauns habe ich einfach drin, weil ich die 10 Belastbarkeit brauche, um auf 100 Belastbarkeit zu kommen. 100 Belastbarkeit, weiteres Ding, wichtig, dafür volle Schadensreduktion im PvE. Okay, so, gehen wir die Loadouts durch, Dürresammler ist the way to go, in allen Encountern habt ihr den immer drin. Den brauchen wir, um hier unseren Artefakt mal zu triggern, dazu kommen wir gleich. Als Energiewaffe Kallus Mini-Werkzeug bietet sich dort an, ich habe allerdings auch viel die Trichter Netz gespielt, fühle ich noch ein bisschen mehr als Kallus, aber ihr seht, auch meine Kallus habe ich sehr viel gespielt. Für die Damagephasen, katastrophal für den ersten Boss, wir haben ja nur zwei im Endeffekt, also die Harpier, da nehmt ihr die, und zwar mit verbesserter Batterie, 6 Schussmagazin, aller guten Dinge sind 4 und Locken und Wechseln. Bait and Switch gibt uns 35% mehr Schaden, wenn wir vorher mit den beiden anderen Waffen geschossen haben. Das heißt, Dürresammler drauf, einmal mit der MP schießen, dann mit der katastrophal drauf und let's go. Daran denken, vorher gerade auf den Titan, einmal kurz den Hammer auf den Boss werfen, damit ihr strahlend seid. Für den Endboss nehmen wir einen Raketenwerfer, da habe ich hier auf dem Titan, habe ich in meinen Hitzkopf genommen mit Clown-Patrone, sorgt dafür, dass nach dem Nachladen habe ich zwei Schuss als Raketen im Magazin drin, Einschlagsgehäuse, gibt uns mehr Impact-Schaden, ja, und ja, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Es ist so, auf dem Titan habe ich das drin, weil da nutzt mir Demolierer nichts, weil ich nicht die ganze Zeit die Granate auf dem Titan habe. Auf dem Warlock wollt ihr einen Raketenwerfer mit Demolierer spielen, weil dann schießt ihr eine Rakete, schmeißt eine Granate, schießt eine Rakete, schmeißt eine Granate und dadurch, dass ihr die Granate benutzt, wird der Raketenwerfer die ganze Zeit wieder nachgeladen. So, auf dem Titan habe ich das dann so gemacht. Ich habe vorher die einzelne Rakete, wenn ihr Banner genommen habt, ja, dann habt ihr ja nur eine Rakete im Magazin, die habe ich irgendwo hingeschossen, habe dann nachgeladen. Das heißt, dass ich in der Damage-Phase starte mit zwei Raketen im Magazin. Dann habe ich zwei Raketen, also Dürresammler auf den Geschossen, zwei Raketen auf den Geschossen, nachgeladen, nochmal zwei Raketen geschossen und dann habe ich Ulti gezogen und habe den Rest mit Ulti gemacht. Das ging relativ gut vom Schaden, ist aber nicht zu vergleichen mit dem Warlock. So, Mods. Wir haben ein Fusionsgewehr, Linearfusionsgewehr, Munitionsfeinder drin, dafür, dass wir gerade beim HPM-Boss immer genug Heavy haben. Lebensquelle ist nochmal ein bisschen Backup, durch so eine Solarelementalquelle bekommen wir Heilung über Zeit für 10 Sekunden, wenn wir die aufheben. Dann haben wir hier Detonationsschub und Fokusangriff mit Granate oder mit Nahkampf Schaden zu machen, sorgt dafür, dass wir Klassenfähigkeit und Energie bekommen. So haben wir auf jeden Fall immer sichergestellt, dass unser Exo-Perk Lorelei triggern kann. Genau, unser Exo-Lorelei sorgt dafür, dass wenn wir kritisch verwundet sind, wird unsere Klassenfähigkeit benutzt und dadurch erschaffen wir einen Sonnenfleck und haben dann Heal. So, dann haben wir hier den Nahkampfquellenschöpfer drin, damit machen wir die Solarelementalquelle mit unserem Hammerwurf, der dann auch Lebensquelle triggert. Hier haben wir nochmal einen Nahkampfquellenschöpfer drin, wichtig, Energie, Diffusionssubstrat, 5% Schadensreduktion und Stoßdämpfer, Schadensreduktion gegen AOE-Schaden. Dann mannigfaltige Quellen, sorgt dafür, dass wir mit einem Hammerwurf, wenn wir damit einen Kill machen, bekommen wir 3 Elementarquellen, weil wir 2x Elementarnachschub drin haben, plus das sind 3 Solarelementarquellen. So bekommen wir dann auch Fähigkeiten, Energie, einen ordentlichen Haufen für unsere Granate und für unsere Klassenfähigkeit. Und wichtig, auf dem Klassengegenstand, aus dem Weg geschwächt und Soloagent. Insgesamt 30% mehr Schaden, weil der hier sorgt dafür, dass Gegner um 15% gediebufft werden, also mit dem Dürresammler auf dem Boss, der kriegt 15% mehr Schaden aus allen Quellen. Und der Soloagent gibt uns, wenn wir Solo unterwegs sind, 15% mehr Schaden, das heißt overall macht ihr so 30% mehr Schaden. Ich empfehle euch auch erst an die Solo-Flawless-Once zu gehen, wenn ihr diese beiden Mods habt, macht das Ganze um einiges entspannter. So, das war Titan, dann zeige ich euch ganz kurz noch, wie wir den Warlock gebaut haben, falls ihr das mit dem Warlock machen wollt. Ich empfehle euch, macht das mit dem Warlock, mit dem Warlock ist es wirklich, meiner Meinung nach, eigentlich fast schon free, weil der Dungeon ist nicht schwer, ja, klar, auch ich habe mir schwer getan im Bossraum da die ganzen Knoten, weil ich weiß immer noch nicht, wo die sind, ich hatte den vorher 3 oder 4 mal gelaufen und bin dann da immer wild rumgelaufen, wo ist der Knoten, wo ist der Knoten, wo ist der Knoten, ja, ist halt so, aber mit Warlock ist das wirklich tiefenentspannt. Und warum? Erstmal, Warlock, wir nehmen das Hallenrift mit, weil wir brauchen nicht das Stärkenrift für unser Exo, das ist nur relevant für den Brunnen. Das heißt, ansonsten lasst das Hallenrift drin, so habt ihr nochmal ein Backup für Heal. Himmlisches Feuer, aus dem Grunde, weil damit gehen wir auf Nummer sicher, dass wir ein einzelnes Ad zu 100% killen. Mit dem Schnipser kann das immer mal daneben gehen, deswegen empfehle ich himmlisches Feuer. Ja, Fusionsgranate, natürlich, die brauchen wir für unser Exo-Sternfeuer-Protokoll. Flammende Berührung sorgt dafür, dass unsere Fusionsgranate zweimal explodiert, dementsprechend mehr Damage. Icarus-Haken, Dodge in der Luft, ist sehr, sehr wichtig, gerade für den Endboss, weil so könnt ihr auch mal, wenn euch ein Bitsteller mal irgendwie krumm kommt oder sowas, mal eben schnell zur Seite huschen und euch passiert nichts. Meiner Meinung nach auch der Gamechanger. Klar, ihr macht zwar mehr Schaden mit dem Warlock, aber der Icarus-Dash macht es da so viel einfacher, weil ihr dann einfach mal in der Luft auch mal eben kurz eine Seitwärtsbewegung machen kann, um irgendwie eine Bitsteller-Explosion zu entgehen. Sehr, sehr gut. Fragmente, Glut der Asche, mehr Versenken, also mehr Versenken-Stapel, ja, gerade für Weißglüh mit der Kalus-Mini-Werkzeugkuhl, Glut der Fackeln, auch hier, Nahkampfangriff macht uns strahlend, brauchen wir nicht, wenn wir im Brunnen stehen und in der Damage-Phase sind, aber so für die ganz normalen Eds und sowas, dann ist unsere Kalus halt gebufft. Glut der Flammen, ja, das Besiegen versenkter Ziele gewährt Nahkampfenergie. Wir versengen natürlich mit Weißglüh mit unserer Kalus und auch hier mit unserem Melee. Und Klassenfähigkeit, äh, Nahkampfenergie sorgt dafür, dass wir dann auch wieder, ähm, uns heilen können. Und Glut des Versenks, Klassenfähigkeit lädt schneller auf, wenn wir Ziele versengen, ja, also unser heilendes Rift. So, Warlock ist ähnlich, Fusions-, also Fusionsgewehr, Munitionsfeinder ist klar, Lebensquelle, auch da, weil auf dem Warlock haben wir natürlich nicht so viel Heal wie auf dem Lorelei Titan, ja. Deswegen hier auf jeden Fall sehr empfehlend wert, die Lebensquelle solltet ihr mit reinnehmen. Auch hier einen Nahkampfquellen-Schöpfer, himmlisches Feuer machen, zack, bumm, da liegen Solarelementarquellen, aufheben, ihr habt 10 Sekunden Zeit, weil ihr 10 Sekunden Heal habt, also könnt ihr dann weiterlaufen. Sternfeuerprotokoll sorgt dafür, dass unsere Granaten sich wieder aufladen von ermächtigten Waffenschaden, das heißt, wenn ihr im Brunnen steht, seid ihr ermächtigt und ihr schießt quasi dann auf den Boss Dürresammler drauf, ja, schießt mit der Rakete drauf, werft eure Granate, demoliere auf eurem Raketenwerfer, lädt quasi dadurch, dass ihr die Granate benutzt habt, den Raketenwerfer wieder nach, ihr schießt wieder in eine Rakete, ihr werft wieder eine Granate und so weiter und so fort. Zwischendurch Dürresammler wieder drauf, damit der Debuff drauf bleibt. Easy going. Hier haben wir meine qualitige Quellen drauf, sorgt dafür, dass wir dann mit einem Millikill 2 Solarelementarquellen bekommen, was uns auch nochmal ein bisschen Fähigkeitenenergie gibt. So, dann haben wir Elementarnachschub auch, weil wir haben natürlich 2 Fusionsgranaten mit dabei, wäre blöd, das nicht mit reinzunehmen, so könnt ihr zwischendurch auch mal irgendwo eine Granate hinschmeißen. Erstens cleart die mega viel, dadurch, dass sie auch zweimal explodiert und hohen AOE-Schaden hat und auch so haben wir Solarelementarquellen da liegen, die wir für Heal wieder aufheben können und auf dem Klassengegenstand natürlich hier auch diese beiden Mods. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, gucken wir uns ganz kurz die Rotorblätter an, dann sage ich noch eben ein, zwei Sachen und dann sind wir auch durch damit. So, ja, das sind jetzt die ersten Rotorblätter und ich zeige euch jetzt mal gleich eben, wie ich das hier mache. Ähm, ist eigentlich relativ simpel. Ich bin da auch wirklich, also ganz am Anfang, wo ich das erste Mal rein, bin ich da gestorben, weil ich noch nicht genau wusste, wie es funktioniert. So, jetzt das Erste. Ihr seht, wenn der gerade an mir vorbei ist, da könnt ihr euch einfach runterfallen lassen und bei dem Zweiten mache ich das einfach so, dass ich mich dann einfach da runterfallen lasse. Also ihr wartet und wenn der an euch vorbei ist, dann lasst ihr euch einfach runterfallen. Ist eigentlich ganz, ganz easy, wenn man da einmal so das Timing für hat. Und, ähm, wie gesagt, ich bin da auch nicht gestorben oder sowas. Gut, hier diese Phasen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich würde sagen, wir gucken uns direkt das, ähm, wobei wir können das auch eben laufen lassen. Ähm, ja, habe ich sonst noch irgendwelche Tipps? Also, wie gesagt, da ich jetzt den One nicht geklippt habe, habe ich mich gerade kurz vor dem Video eben solo schnell bis zum Endboss gespielt. Habe jetzt aber keine Zeit mehr, um euch da großartig was beim Endboss zu zeigen. Endboss ist aber sowieso ein Ding, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ihr achtet auf die Bittsteller und ihr nutzt die beiden Räume zum Rotieren. Das heißt, wenn ihr gerade Struggle habt, ja, ihr habt gerade ganz viele Bittsteller hinter euch her und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, lauft einfach, springt ein bisschen in die Luft und rennt erstmal rüber in den anderen Raum. Dann habt ihr ein bisschen Luft, dann könnt ihr erstmal euch wieder einen Überblick über die Situation verschaffen und dann schmeißt ihr irgendwo ein bisschen Dürresommler hin, ein bisschen Granaten, kleert ein bisschen und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich, also Endboss gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. So, ganz kurz, Stopp, zweiten Rotorblätter. Hier laufe ich mit der Rotation vom Rotorblatt einfach hier rüber und hier, für den zweiten, könnt ihr hier einfach gerade ausspringen und könnt euch da einfach runterfallen lassen. Fertig ist der Lack. Passiert nichts. So, hier, da gibt es auch nichts zu zu sagen, das kennt ihr auch. Hier einfach in der Mitte den eben clearen, dann die vier Dinge anschießen und so weiter und so fort. Ich werde versuchen, die Tage, wenn ich Zeit habe, wie gesagt, Samstag ist der Gambit Creator Cup, ja. Ab 18 Uhr bin ich da live auf Twitch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich vorher jetzt noch einen schönen Solo-One für euch hinkriege. Hier habt ihr aber auf jeden Fall erstmal die Builds, die auf jeden Fall meiner Meinung nach optimal sind für das, was ihr hier machen wollt. Der Rest ist ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Spielen. Spielt ansonsten, wenn ihr euch mit den Knoten nicht so sicher seid und nicht so wie ich. Also, ich bin unter einer halben Stunde, bin ich immer beim Endboss gewesen. Aber dann habe ich also 40 Minuten oder sowas beim Endboss gebraucht, weil ich überhaupt nicht wusste, wo die Knoten sind. Ich bin da rumgelaufen wie wild. Das ist eigentlich nicht so geil, weil je länger ihr da rumlauft, desto nervöser werdet ihr und desto größer wird natürlich auch die Fehlerquote, ja. Das ist erstmal alles, was ich dazu sagen kann. Spielt es am besten zu dritt. Und guckt euch dann, einer zieht irgendwie die Aggro vom Boss, zieht den rüber in den anderen Raum und ihr guckt euch das erstmal an, wo die ganzen Knoten sind. Ja, Leute, das war es von mir. Ich hoffe, das hilft euch trotzdem erstmal ein bisschen, sodass ihr die Builds habt, ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich morgen vielleicht noch was hochlade. Was ganz interessant ist, das wollte ich eigentlich heute machen, aber ich habe mir gedacht, komm, die Leute wollen vielleicht Solo-Flawless machen, zeigt denen mal die Builds. Wenn ihr auf dem Jäger übrigens spielen wollt, da kann ich euch nur empfehlen, mein Arcus-Jäger-Bild, ja, den One-Two-Punch. Arcus-Jäger beziehungsweise One-Two-Punch braucht ihr gar nicht, ja. Es reicht schon, weil One-Two-Punch ist ein bisschen genervt worden. Es reicht schon, wenn ihr einfach den Arcus-Jäger spielt, weil mit dem Komboschlag macht ihr trotzdem alles weg. Ja, da braucht ihr noch nicht mal die Pumpe dafür, weil Boss-Damage macht ihr dann eh nicht mit der Schrotflinte. Aber so werdet ihr durch Melee-Kills seid ihr immer unsichtbar, ja, und heilt euch halt. Also von daher, ich würde wirklich tatsächlich Arcus-Jäger spielen. So habt ihr auch eine schöne Super, die ihr benutzen könnt. Ja, Leute, das war's von mir. In dem Sinne, viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!